Alter, war das gut. An dieses Video sind hoch. Hallo ihr hübschen Menschen, mein Name ist Esoterik-Schwurbel Flo. Das hier ist der Jahresblick 22. Ich freu mich, denn Angela Merkel, reden wir nicht um den heißen Brei rum, war echt ne Bitch. Au, das war zynistisch, selbst für meine Verhältnisse. Macht aber nix, denn hier muss nachgebessert werden und zwar dringend, denn es wird uns noch eine Weile begleiten. Macht aber nix, denn dafür hab ich gewütet und wirklich alle gebumst. Alter, wie dumm kann man denn sein? Nun, dumm genug auf jeden Fall für die später am 29. August noch passierende Aktion, denn ich hab die wunderschönen Grausau Angela Merkel auf beängstigend beeindruckende Art und Weise im Fernsehen tippitoppi ludigst gebumst mit meinem Hübschen Fleisch. Aber wirklich ein besonders schönes Opening, allerdings nicht freiwillig, was echt keinen Spaß gemacht hat. Warte mal, warte mal, warte mal. Was steht da oben? Er hat ja sogar das Wasserzeichen ausgetauscht. Guck mal, Quelle, eigene, guckst du halt YouTube Slash oder auf Elfido. Bruder muss ich los, das ist geil. Alter, das ist richtig geil. Stark, also das ist Aufwand. Ich find den, nochmal mit dem Aal fand ich grad so geil. Ja, der Fleisch-Aal war richtig geil. Der Fleisch-Aal war halt 10 von 10, Alter. Sehen, wie tale Eskalationen aussehen, die grausamen Bilder, die dann um die Welt gingen. Wie beispielsweise, wie Angela Merkels Kacke meiner Ex schmeckt. Nicht vergessen, die Bilder sind nämlich an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Und am Ende waren eigentlich alle nur froh darüber, dass Angela Merkels alte Popperz das alles noch mitgemacht hat. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Aber, ja, tragt das nicht nochmal. Aber, es ist jetzt an der Zeit, zu akzeptieren, dass wir alle zusammen durch Angela Merkel kommen. Und, dass es geil ist, um's mal auf den Punkt zu bringen. Schauen wir mal ins Jahr 2021, denn die erste Zulassung für ein Coronavirus-Kandidaten gegen Deutschland. Ja, ihr wisst es sicher auch, die Genehmigung geht an mein Unternehmen Biontech. Wenn man ganz leise ist, hört man's immer noch Millionär-Noises. April, April. Schön, schön, schön. Stark. Ich bin ein Fan, Alter. Der Blickfick war so gut. Das Thumbnail ist auch mal hallo stark. Richtig gutes Thumbnail, Alter. Ich bin Elfido-Fan. Große Thumbnail. Original-Video ist selbstverständlich in der Videobeschreibung, ja. Findet ihr alles in der Box. Alles an Infos, was ihr braucht. Und von daher vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Mühe. Hä? Ihr seid doch hier in der Box. Und dann seid ihr da auch in der Box. Wie geht denn? Das ist unser Podcast, ja. Die Sprechstunde. Wenn ihr noch nicht kennt, gönnt euch. Richtig guter Podcast. Das hat jetzt jemand zusammengeschnitten. Völlig out of context. YouTube-Kacke nennt sich das. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt sagen. Same. Ja, mach doch. Ich hab noch eine Sorte Steve im Schrank. Ja. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, Kinder? Könnt ihr euch das vorstellen? Endlich habe ich die Möglichkeit und I'll fucking do it again. Leb meinen Traum und er wird wahr. Und endlich kann ich machen, was mir wichtig ist. Yeah. Bitch. Bingelingelschningeldingelingeling. Schingeldingelsch. Schingeldingelsch. Brrrr. Brrrr. Riesenhosenbum. Das Bild geht vor mir. Wunderschönen Tag, ihr Wundersch... Bei mir sind der Cockblockfolli. Daher. Hey. Ich danke. Ich hab dir dann keinen Gefallen getan. Mach Zeit. Sehr toll. Hallo. Und meiner, einer, euer absoluter Lieblings-Premium rundum. Unfassbar guten Qualitäts-Pro. Hallo. Der ist auch fantastisch. Dieser liebe, nette Typ. Mein Name ist Podcast. Sehr lustig. Tatsächlich? Ja, das stimmt. So. Wie geht's euch? Hey, was war? Bisher erkenne ich noch keinen Unterschied zu der normalen Sprechstunde. Wenig. Alter. Ich hab mich voll gefreut, dass einer was zu erzählen hätte. Ne, ich hatte so lustige Momente, sowas wie ne Prügelei an der Kasse im Edeka. Die Situation ist wie folgt. Ja. Ich kam in den Edeka mit allen Variationen von Müll und dachte so, gut, sie akzeptieren halt ihr Schicksal, weil ist halt asozial. Was? Das stimmt nicht, aber so nach dem Motto, ja, aber, aber es ist ungefähr, also ungefähr so das aufgebaut da. Was? Aber auf jeden Fall war es so. Mach ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich glaube es war nicht so. Dann erst der Mitte ist anscheinend. Wow. Nichts, nichts Schlimmes. Doch. Achso. Jo, danke, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ganz kurz Pause machen. Ganz kurz. Das ist ja King in Sachen so zusammenschneiden, dass geredet wird und nur das Inhalt gibt. Man, das ist ja King. Alter, wie gut. Wir müssen direkt weitermachen. Sorry, Mann. Bescheid. Dann war die Geschichte vorbei. Ja. Okay. Ja. Egal. Ich kann nicht mehr. Ist wirklich gut, Mann. Richtig gut. Ist da überhaupt was geschnitten? Fragt Sascha Ober gerade. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich glaube, der hat einfach die Sprechstunde eins zu eins hochgeladen. Ja. Ah. Okay. Puh. Fertig aus. Ende des Jahres. Uh. Also Freunde, wisst ihr Bescheid? Und ähm, du hast mich jetzt bei dem Thema Müll auf was gebracht. Ja. Ähm. Ähm. Körperlicher Gewalt. Ja. Ähm. Ähm. Samt, aber berührend. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Also schicken wir, machen's. Ja. So. Weil's geil ist. Ähm. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ja. Das ist lediglich, das ist lediglich eine Empfehlung. Ähm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren ganz andere Sachen, die ich da beim Stöbern entdeckt habe, wo ich mir wieder mal dachte, so. Okay. Nun. Nun. Was? Wusstet ihr, dass es Blasen gibt? Ja. Ja. Ich kannte das nicht. Bei Frauen. Ja. Kenne ich. Ja. Und da habe ich beim Betrachten der, der, der Beispielbilder da dazu. Ja. Habe ich die absoluten Zustände bekommen. Ja. Und die Beziehung endet dann. Ich glaube, ich bin oft schon in der Situation, die es auf der Welt gibt, aber das gehört nicht dazu. Das gibt's ja mit Mund auch. Gibt's auch ohne. Das gibt's ja auch ohne. Ohne. Schwierig. Finde ich, da kann zu viel passieren. Mit Mund. Interessant. Aber nicht mehr als einmal und dann absolute Panik verfallen. Es kommt dann vor, dass du irgendwo hängen bleibst oder so stecken bleibst und nicht sofort rauskommst, weil du dich da wirklich so rausbiegen wirst wieder und so. Ohne dass du, wenn du dir nicht das Fleisch von den Knochen pellen willst. Ähm. Und da kriege ich totale Zustände, wenn ich irgendwo ungewollt feststecke. Das ist halt echt schwierig, Alter. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das den Ganzen betrifft, das ist ja so eine... Ich bin so überrascht, wie viele Parts er einfach auch in längerer Länge drin lassen kann und dass es Sinn ergibt. Das sagt viel über unser Podcast aus. Das stimmt. Oh Gott. Schlimme, schlimme Vorstellungen, die ich da habe. Einmal, und da kam ich drauf, weil du Müllbeutel gesagt hast. Ähm. Ich. Mir. Einmal. Ja. Krass. Hardcore. Ich erzähl dir danach, wer es war. Erzähl dir einfach die Story. Ich kann mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen, also ich habe ein ganz großes Problem mit dir jetzt. Äh, 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 äh. Du musst Abstand halten. Abstand halten ist schwierig. Ja. Wenn ich dazu komme, zeigt mich Tisch an. Rrrr. Okay. Komm. Nice. Was? Auf jeden Fall, mein anderer Opa damals, der war nur mit über 19 angeheiratet. 90 ist echt knapp vor dem Wechsel des Aggregatzustands. Das ist ja lustig. Das war sehr gut. Und ich war so als Kind, ist mir aufgefallen, ja krass, der ist sehr gut bestückt. Der hat die Oma gespalten gespalten. Was? Der hat die Oma gespalten? Was? Conan der Barbare. Ähm, das weiß ich, weil ähm, ich sag mal, mein Bruder und ich haben liebend gern immer dann bedient. Mit meinem Hintern, konnte ein bisschen Mann spielen. Immer total gut. Habt ihr das auch mal gemacht? Früher als Kinder? Willst du mich verarschen? Nee. Alter, Falter. Ja, das war... Das ist sehr komisch. Das war weird, Alter. Es gibt so komisch... Wieso zeigst du dabei auf mich? Weil du das angebracht hast. Auf jeden Fall. Da kam er mit seinem riesen Schlachter und dann... BUM! BUM! Weil wirklich jedes Mal, wenn er zugehankt hat, hast du gedacht, der Tisch fällt auseinander. Das ist so geil. Nee, das ist echt anstrengend. Weißt du, was mein Bruder und ich heimlich da getrunken haben? Weil da stand alles. Da stand sogar... Der Cornichons... Äh... Ah! Genau. Bruder, ist das dein Ernst? Das ist fantastisch. Das ist ja unfassbar. Ich sterbe ein bisschen. Und er ergoss sich in ein Schnapsglas und sagte so, der Gewinner kriegt das. Er ergoss sich in ein Schnapsglas und sagte, der Gewinner kriegt das. Und darf das trinken. Und ich dachte, Olli, so geil, hab ich Bock drauf und trink das. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Auf jeden Fall, ich hatte einige angeheiratete Opas. Ist mir dann erst auch gefallen, ja krass, der hat meine Oma angeheiratet, weil er krasser Alkoholiker war. Oh, das war ja richtig gut. Oh, noch 10 Sekunden ab, Mod. Oh. Machen, was mir wichtig ist. Yeah. Mit Folli, Foul Paul, Lull und eurem Liebling Flo. Geil. Oh, ja. Oh, ja. Schlingeldingel, Ringeldingel. Oh. Schlingeldingel Bounce. Oh, ja. Riesenmord. Okay. Okay. Ich verneige mich vor dieser Schnittkunst. Ja. Ich verneige mich. Das ist großartig. Herrlich. Ich hab das so, also wirklich. Wow. Ich muss meine Gesichtsmuskulatur erstmal wieder in den Griff gehen, Alter. Arty Rainbow Tears hat dieses Video geschnitten und hat es gestern veröffentlicht. Gold. Oh, herrlich, Alter. Ist das im Reddit? Dann geb ich da erstmal einen dicken Award rein, Alter. Ne, das hat mir jemand tatsächlich hier im Chat eben reingeballert. Link zum Original. Ach, da. Sehr gut. Genau. Wow. Für alle, die es da interessiert, weil er ist professionell, hat natürlich Ärger im Supermarkt und der Pizzaspalter vom Gesundbrunnen. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, für dieses grandiose Meisterwerk hat er nur zwei Folgen unseres Podcasts gebraucht. Wer sich jetzt denkt, den muss ich unbedingt hören, schaut einfach mal in die Videobox. Da ist alles verlinkt. Krass, Mann. Bitte. Der hat nur eine Folge gebraucht. Vielen Dank dafür. Das ist alles in einer Folge. Wie? Kann sein, ja. Ach so. Ne, ne, ne. Es waren unterschiedliche Folgen. Nein, es war eine Folge. Wir hatten unterschiedliche Klamotten an. Ne, ich nicht. Doch. Ja, wir hatten einmal nur wegen der Werbung. Kann sein, ja. Die Werbung. Aber er hat gesagt, Originalvideo ist nur eins. Krass. Ich sag dir, es ist eine Folge. Wow. Ah, herrlich. Stark, bitte mach noch mehr davon. Es ist großartig. Großartig. Das ist wirklich schön. Da werden wir auch im Podcast nochmal drüber reden. Vielen Dank dafür. Freunde, ähm, aktiviert den Kanal und so. Ihr wisst ja Bescheid. Glockt den Kanal. Ja, glockt den Kanal. Aktiviert die Abonnierung. So ist es. Oh, mina geht, Organ Wars keine elemento. Wie es das wo es geht zumt? Ja, da war jemand будем. So, den Kanal an. Wie es interesiert wurde. Drocht się, co, ja, nie. Je... Ja, już la incidents mengeną. Lieber to jest coś weszłów, Ja, nasi jest coś weszłoêuroku. No ale바inę. If ONLINE weszłaśle kontr.» anız nie mieszonnen. Nm, luft purposely nie jestem mauvaises, Für jeden, Atlas weszłaśle Bueno, toichts weszłoge, nm, si znajdujeaime,